Investoren, Bauherren und Nutzer wünschen sich komfortable und zuverlässige Gebäude. Gleichzeitig möchten sie Energie sparen und die Betriebskosten senken. Diese Anforderungen führen zu immer aufwendigeren Gebäudesystemen. Wegen dieser Komplexität funktionieren moderne Gebäude oft nicht und die geplante Performance wird nicht erreicht. Sie verbrauchen bis zu 30 Prozent mehr Energie als geplant, haben höhere Betriebskosten und liefern kein angenehmes Raumklima für die Gebäudenutzer. Die Ursache dafür ist ein fehlendes Qualitätsmanagement der Gebäudetechnik, das von der Planung bis zum Betrieb die Performance-Lücken schnell und wirtschaftlich für alle Beteiligten transparent macht. Dies ist ein erhebliches Risiko für Investoren, für Nutzer und letztendlich für uns alle, da die vermeidbaren CO2-Emissionen unsere Umwelt belasten. Mit SynaVision können sie diese Risiken vermeiden. Durch digitales Qualitätsmanagement werden die Risiken identifiziert, quantifiziert und nachhaltig beseitigt. SynaVision ist jetzt europaweit im Einsatz und hilft Gebäuden den Komfort, die Zuverlässigkeit und die Betriebskosten zu erreichen, die Investoren und Bauherren erwarten und bezahlt haben. Denn wirklich smart ist, wenn's auch funktioniert. SynaVision – perfekte Gebäudeperformance SynaVision – perfekte Gebäudeperformance SynaVision – frächtes